Alter, wir sind verarschen! Sie haben ihr Ziel erreicht! So, mein Ding ist... Richtig, ne? So... Wollen wir was gucken... Wo genau? Eigentlich rechts von uns, irgendwo... In eine... coole... Ah, na gut, ja... Hätte ich mal einfach gucken können... Zack! Haben wir das auch! So, ähm... Das haben wir... Ich guck grad mal ein bisschen weiter...